Ein wunderschöner guten Morgen. Hallo. Sind wir schon wieder unterwegs? Ja. Woher gehen wir heute? Pfarrau. Pfarrau? Was können wir machen? Fein essen? Ja. Und vom Grill? Ja. Freust du dich? Ja. Bist du es sicher? Ja. Schon? Hast du Hunger? Ja. Was ist hier hinter uns? Ein Kabel. Aber das ist etwas Neues. Ein Dach. Wieso hat der es hier? Weiss ich nicht. Vielleicht ist es aber nicht hineingeregnet? Nein, ich bin auf der Seite. Also, gehen wir. Mami, ich habe zwei Seitenzöpfe gemacht. Oh ja, zeig mal deine Zöpfe. Seitenzöpfe. Oh, was sind Seitenzöpfe? So auf die Seite schauen. Aber gerade auf allen ist es zwei. Gut. Wir können auch einen Seitenzöpfe machen. Dann gehen wir so und dann so. 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 Bist du sie gut hinterlassen? Ja. So, wo sind wir jetzt schon hier? In Aarau. In Aarau. In Aarau? Ja. Schöne Bahn hoch. Mhm. Gefällt dir das? Ja. Das ist ein schöner Mal. Soll ich euch mal etwas zeigen? Was willst du zeigen? Da vorne. Was ist das? Dann spring. Eing. Aber die Kräuter ausziehen. Ja. Dann kann man sie aussetzen. Und tulpen. Nein, warte. Da sind noch tausend Tonnen davon. Tausend? Zähl einmal. Warte ich auf dich. Auf dich? Ja! 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 I know! I know! Ja, ja, ja. Ist das bequem? Was ist da drin? Ich habe ein Bier drin. Noch mal? Ich habe ein Bier drin. Schau. So. Und noch? Nein, ich mache ein paar. Ich habe ein Bier drin. Aha. Ich habe ein Bier drin. Und dann? Ich habe ein Bier drin. Und du sitzt bequem. Schönei. Was? Gehen wir wieder nach Hause? Ja. Hat es dir gefallen? Ja. Was hast du alles gegessen? Ähm, ich habe viele Sachen weggegeben. Fleisch, Gemüse und noch mehr Fleisch. Und was noch? Und dann ein Pölleli. Ein Pölleli? Das ist ein mit Hörtenpfliss. Das war ein Krokettli. Ja. Ja. Das habe ich bekommen. Das hast du bekommen. Nur mal. Big Green Egg. Hey! Ein Kugelschreiber. Wunderbar. Genau. Dann habe ich noch... Wo ist es? Das ist geil. Das ist geil. Aber ist das denn jetzt? Mit Alkohol. Nicht? Nein. Dann könntest du schon besser schlafen. Das ist vom Salzhaus. Meinst du, können wir wieder mal schneiden? Ja. Lecker essen? Ja. Und einen schönen Grill. Wo ist er da? Achtung, ein bisschen auf die Seite. Ja, ein bisschen auf die Seite. Gefällt dir der Grill? Ja. Das ist cool. Was für eine Form hat er denn? Und welche Farbe? 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 Und einer, wo du gut Platz hast. Ja. Und kommen wir noch nach Hause? Und nach Hause? Ja. 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 Eurer August st�ke. Hier. Alles heal. Wie wichtig wäre Pastore. дос medo. Jetzt Herrschnyt um dich, Musik 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 Willst du Fischi fahren? Dann musst du hier sitzen. Ich will Fischi. Dann musst du hier sitzen. Was können wir machen? Was könnten wir zwischen machen? Schau, was in dem Couvert ist. Was hast du gemeint? Ich will etwas anderes machen. Ich will fragen. Zehn und eins. Und dann können wir raten. Und dann noch eins mehr. Und dann wieder raten. Dann wollen wir schauen. Wenn ich sechs sage, und der Papi fünf sagt, dann ist er näher. Und wenn ich fünf sage, wenn ich nochmals und ich nochmals sechs sage, und er auf dem Sechs ist, dann hat er gewonnen. Zugspiel ist etwas essentiell Wichtiges für Eltern mit Kindern im Zug. Gell? Damit es diesen kleinen Würmchen nicht langweilig wird. Sie ruhig bleiben. Mach jetzt auch zu. Ist noch nicht Sommer. Tschüss. Das cleaning. Ganz echte Zeit hier. Das ist halt.